Hey, Hätte geht immer. Hol mir doch erstmal die Nackten und die andere Nackte. Ja, ich hol die Nackte. Und dann gucken wir mal weiter, wie es so dann... Ich muss erstmal einen Schluck Rattenpisse trinken. Mensch, du bist auf die Hände. Ja, raus mit euch. Raus, raus, raus. Mann, 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 Mann. Du nicht, du bleibst hier. Gottes Willen. Nico, komm mal her. Ist das dein Outfit? Dachte ich. Nee, ist nicht schwul genug. Hier kommt sie, da tut sie ja. Hier kommt ihr, ja, ja, bau frei, ja, ja. Hallo? Nein? Der arme Heterosexuelle, meine Güte. Huch! Nein. Hallo? Sag mal, Penn M. Ich hab gedacht, es wird erst nach der Show gebumst. So, Nico, bist du vorbereitet? Natürlich. Ja, hast du ein Geschenk mit dabei? Ach Gott, warte. Hier, sie ist ja ein ganz, ganz großer Fan. Schenk mir bitte die I love Helene-Taste. Sie liebt Helene. Das wird großartig. Nico, du bist jetzt auf die Bühne. Ja. Du bist jetzt auf die Bühne. Sabber woanders hin, mein Gott. Oh, alles dilletant. Ein Applaus für den Football-Star Nikolai Schumann. Meine Liege. Du bist da bitte einmal rum. Dallakel. Jetzt Dallakel. 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 Nein, Dallakel. Dallakel. Das ist so schwer. Du hast jetzt die ganze Shows in deinem Publikum schon sehen dürfen. Komm, erzähl mir mal so dein erstes Feeling. Das ist ja deine allererste richtige Tundenshow, die du mit live erleben durftest. Die zweite jetzt. Die zweite? Wo warst du sonst noch? Hatte ich dir einmal, glaube ich, erzählt. In Dresden vor neun Jahren. Hast du mir mal erzählt? Ja? Keine Menge mehr drin erinnern. Ich fasse da auch nicht mehr. Ja? Okay. War jetzt keine Antwort auf meine Frage. Wir machen jetzt nochmal. Wie hat es dir denn gefallen bislang? Wunderbar. Wunderbar. Ich bin sehr amüsiert. Lügst du mich so an, wie Michaela mich die ganze Zeit anlügt? Oder ist das die Wahrheit? Die Wahrheit. Das ist süß. Ey, wir müssen jetzt erstmal sehen. Wir müssen kurz klären, warum wir uns kennen. Erzähl es mir. Woher kennen wir uns, meine Liebe? Ich bin dein Personal Trainer. Du bist mein Personal Trainer. Das stimmt. Und ja, wer lacht denn da so blöd? Als sie meine, guckt mich an. Ich bin ja wie flüssiges Gold hier auf dieser Bühne. Das ist sportlich schlank und wahnsinnig straff. Wir haben uns kennengelernt im Fitnessstudio. Da bist du immer schon so rumgeguckt. Und ich war auf der Suche nach einem. Und dann habe ich gesehen, dass du es machst. Da habe ich dich einfach angequatscht. Margot, was für ein Problem hast du jetzt wieder? Margot, habe ich irgendwas falsch gesagt? Es klang gerade ein bisschen sehr zweideutig. Du warst gerade auf der Suche nach einem. Nach einem Personal Trainer. Ah, okay. Das fehlte, weil es war nicht ganz klar, auf der Suche nach, was für einen du da gerade hast. Na, einem Personal Trainer. Ja, ja. Nee, schon klar. Ich dachte, du wärst irgendwie, von wegen Tiergarten war gerade ein bisschen zu kalt, um zu crossen. Du gehst mal ins Fitnessstudio. Ich gehe mal ins Fitnessstudio. Du, ich sag dir folgendes. Da ist manchmal, ist da Live-DJ-Set in dem Fitnessstudio. Da legt wirklich ein armer, trauriger DJ auf, der wirklich, naja, ich meine, es gibt ja, Mika, du wirst das bestätigen können. Es gibt doch nichts Schlimmeres als DJ, wenn man auflegt, aber keine Sau tanzt oder interessiert sich für deine Musik. Ist dir das schon mal passiert? So ein Kaufhaus auflegen. Warum soll ich das bestehen? Jetzt geht das wieder los. Ich kenne das sehr wohl aus meiner DJ-Karriere. Ja. Lass uns einfach miteinander sprechen. So, und da habe ich dich einfach angequatscht. Hab so gedacht, komm, ich quatsche dir mal an. Ich habe dich dann angequatscht und dachte mir, ich quatsche dir mal an. Dann habe ich dich angequatscht und dachte mir so, vielleicht wird dir mein Personal Trainer. Und du hast sofort Ja gesagt. Das ist richtig. An dem Tag war ich tatsächlich nur selbst trainieren und mir hat das erzählt, dass du mich gelegentlich schon gesehen hast beim Arbeiten und dann hast du gesagt, im Fitnessstudio und hast dann dementsprechend nachgefragt und da die Kapazität da war. War die Kapazität da? Die Kapazität war da. War die Kapazität. Die Möglichkeit somit geschaffen für diese Fitnessreise, die wir da angetreten haben. Also wie gewählt er sich ausdrücken kann. Ihr müsst ihn mal beim Training hören, da redet er ganz anders mit mir in meiner Lehre. Aber da war mir aber gar nicht bewusst, was ich mir da angelacht habe, weil ich ja von Football null Ahnung habe. Und du bist ein riesengroßer Football-Star hier in Europa? Ja. Ja? Erzähl. In der Football-Welt. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Mach ich schon wieder alles falsch? Ja. Ja. In der Football-Welt. Warte, ich schreib's dann sofort auf. E-L-F-Elf. Nicht den Elfen zu verwechseln, die haben spitze Ohren. Ähm. Was? Elfen haben spitze Ohren. Gibt's ein Phrasenschwein auch bei euch? Ja, also das ist ja ganz schlimm. Ich glaube, es wird ganz schlimm mit dir gleich. Aber gut, wir werden sehen, wie das noch so weiter... Hier, European League of Football habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, und du bist ein Tight End. Korrekt. Das haben wir vorher gesagt. Oder? Das haben wir vorher gesagt, ja. Das ist, aber sowieso ist ja Football ein wahnsinnig schwuler Sport irgendwie. Ja, guck dir doch die Hose mal an. Ja. Eben, also lass uns erst mal klären, was ist jetzt Tight End? Was ist genau da dein Job im Team? Genau. Also als Tight End bist du eine Mischform aus Blocker. Also einem, der den Quarterback oder seine Mitspieler beschützt. Was ist ein Quarterback? Der Quarterback ist der, der den Ball wirft. Also nur der darf den Ball werfen? Na ja, nach vorne. Also, um es grob einfach zu formulieren. Ja, bitte. Der Quarterback bekommt den Ball immer durch die Beine gegeben. Das hat man meistens irgendwo schon mal... Wir können das hier einfach. Kein Problem. Kannst du uns das ganz kurz mal hier auf der Bühne vormachen? Nein. Ist ja nicht meine Position. Kann das gar nicht. Kann er nicht. Nein. Das kann der doch nicht. Wir können die Position auch tauschen. So, und Tight End macht dann was? Also ich kann je nach Spielzug entweder blocken oder den Ball fangen und einen Touchdown machen. Du sagst ja immer selber, Football ist das Schach der Ballsportarten. Quasi. Ja, weil? Es ist sehr taktisch. Also die gesamten Spielzug, die gesamten Ausstellungen der Spielzüge, die erfordern eine Menge, Menge Training und auch eine Menge Verständnis für den Sport selber. Weil wenn man, ja, weil, also ich war einmal in einem Football-Spiel vor vielen, vielen Jahren bei Berlin Thunder, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Kann das sein? Da gab es noch Berlin Thunder, oder? Also gibt es ja immer noch, aber... Also gibt es wieder. Ja, gibt es wieder. Da spiele ich ja, aber das ist eine Neugründung einer gesamten Franchise. Diese gesamte Liga ist eine Franchise-Liga. So wie bei McDonald's? Ja, eher so wie bei der NFL. Also es gibt, ja, das ist die amerikanische Profi-Liga. Ja, ja, das kenne ich von den Abnähern, von den Jacken immer, so NFL. Aber, ja, gut, okay, verstehe. Wie bei McDonald's, ja. Ja, sag, oder Motel One, ja. Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, ja, wir können es alle aufzählen. Aber, und da habe ich überhaupt nicht verstanden, was die da unten machen. So, also wenn man, wenn man völlig unbedarft, weil bei Fußball kann man wenigstens, weiß man ein bisschen die Regeln so, ja. Aber das ist da viel komplizierter, Football, ne. Und warum müssen da immer diese Mädchen mit den Pompons rumhüpfen? Das müssen die nicht. Die haben mit dem Sport selbst tatsächlich nichts zu tun. Das ist so, wie jetzt du im Background tanzt. Habt ihr keine, oder was? Doch, haben wir. Aber so wie du im Background tanzt, bei dem Gesang tanzen die Chili da bei uns beim Football spielen. Ja, gut, also müssen sie, also sind sie jetzt nun da oder nicht? Sie sind da. Ja, aber sie müssen nicht da sein. Nein. Verstehst du, was der meint? Nein, ich bin schon von den Worten ausgestiegen. Ja, das ist das andere Mal. Gibt es da, gibt es auch Chirli, 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 Chirlidos? Eigentlich? Also, da heißen auch alle Chirli da. Ja, ist ja auch eigentlich ein geschlechtsloses Wort. Ja, stimmt. Aber gibt es auch Männer, die da tanzen? Die haben aber keine Röcke an. Die haben keine? Schade eigentlich. Das dachte ich mir. Ja, finde ich schade. Okay, jetzt lass uns aber, lass uns mal, weil wir waren ja gerade bei diesem, warum, warum ist dieser Sport so wahnsinnig homosexuell? Ist dir das bewusst gewesen, bevor du mich kennengelernt hast? Nein. Interessant. Ich hab dich ja auch mal auf diese Jogstraps angesprochen. Ja? Und da wusstest du erst gar nicht, was ich meine. Kann das sein? Ja, es ging um den Tiefschutz, oder? Um den, also da, na diese, na ja, da wo man halt hier vorne ist, der Sack drin, aber hier hinten ist der Arsch frei. Mit diesem, weißt du, das heißt... Tiefschutz. Tiefschutz. Ja? Political Correctness, Tiefschutz. Oder Sackeimer, kannst du auch sagen. Sackeimer. Schulter Sackeimer. Ja, nee, aber warum? Ich frag mich immer, warum nur diese zwei Strippen hinten am Arsch und warum ist der Arsch dann frei? Also, weil in der schwulen Welt wird das als Sexkleidung getragen. Ja, damit man halt gleich bumsen kann. Ja? Ist halt frei. Praktisch, ja. Ja, aber warum, warum wird sowas getragen? Naja, beim Football hast du ja nochmal eine Hose drüber. Somit entsexualisiert sich's ja erstmal im ersten Gedanken. Und wenn du aber alles in einer Hose hättest, dann hättest du zwei oder drei oder vier Hosen unter der Spielehose. Und dann wird's halt irgendwann sehr unbeweglich. Und deswegen versuchst du halt, das, was du drunter hast, zu minimieren an Stoff, aber trotzdem den maximalen Schutz zu haben. Also, dass du alle, du hast ja noch am Oberschenkel was, am Knie, an der Hüfte, am Steißbein. Sehr hochinteressant. Das dachte ich mir, ja. Also, wie technisch man an die Sache rangehen kann, wenn man denn möchte, ne? Ist ja, okay, aber du hast gesagt, man trägt das nicht mehr, oder? Nee. Warum denn nicht? Ich find's sehr schade, muss ich sagen. Vielleicht, um noch mehr Stoff zu minimieren. Ja, okay. Also, was trägt dann dein Team drunter, normale Unterhosen? Na, so eine Compression-Shorts. Also, so eine engen Sportfunktions-Hosen. Okay, wieder beim Thema. Okay, verstehe. Gut, ich muss jetzt irgendwie die, ich muss jetzt einfach, komm, lass uns erst mal kurz. Und du machst ja nicht nur Football, du bist auch Personal Trainer, wo ich mich immer frage, ist Personal Trainer sowas wie, was Pornodarsteller machen, die sind ja nebenbei auch gerne noch Escort, weil man damit gut Geld verdienen kann. Ist das genau dasselbe für dich? Ich mach noch Personal Trainer, weil damit kann ich Geld verdienen, aber eigentlich bin ich Sportler. Ja. Verstehst du? Hab mir das fast gedacht, ja. Es geht dann auch ein bisschen tiefer. Also, der Personal Trainer-Gedanke kommt ja nicht daher, weil ich Football spiele, sondern weil ich Sporttherapeut bin. Ja, was ist der Unterschied zwischen Sporttherapeut und Physiotherapeut? Ich knete, massiere nicht am Patienten rum. Sondern du machst nur... Ich mache die Trainingsplanung, die Analysen, Nachverletzungen, postoperatives Training, etc. Also, arbeite auch in einer Physiopraxis, aber tatsächlich nur in der aktiven Krankengymnastik. Was ist da los? Da sitzt eine Asthmatikerin im Publikum. Alles gut. Die hat ihr Spray vergessen. Alles läuft. Mach weiter. Okay, danke. Und jetzt ganz kurz so ein Personal Training machst du halt, um dann noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Korrekt. Ich bin also deine eierlegende Wollmilchsau, sozusagen. Ja? Ja. Schön. Wie lange wollen wir noch Training zusammen machen? Weil du hast am Anfang gesagt, ein Jahr, und dann gibst du mich ab. Hast du mal am Anfang gesagt... Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es ist vielleicht so, wie sich auch Michaela nicht an den Nippel-Award erinnert. Ja, genau. Ach, apropos. War der Nippel-Award nur eigentlich... War das eine Lüge oder war das in echt? Nein, also tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wo der ist, der Award. Also ich... Keine Ahnung. Abgenippelt. Ich hab den Award bekommen, ja. Achso, du warst schon fertig. Ich war gar nicht abgelenkt, ja. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der Award überhaupt ist, aber doch, ich werd den wahrscheinlich für die Nippel bekommen haben, weil ich es komisch finde, ein Award für Nippel zu bekommen. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich meine, ich hab zwei Tage drüber nachgegrubelt, was das für ein Unsinn sein soll, aber die Herznippel hast du noch. Nein, nein. Nein? Nein, ich hab mich von ihnen getrennt, nach circa sieben Jahren. Aber die waren doch tätowiert, hast du mir zumindest mal erzählt. Ja, aber ich hab sie dann umgestalten lassen. Willst du mal zeigen? Na, wenn ich darf. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, ob wir alle volljährig sind oder... Nö, aber ist egal. Naja, Brüste sieht man nun ständig. Ist das auch okay? Nein, ich weiß ja nicht, ich so zugleich... Was unmächtig wäre. Ein seriöser Sportler oder so. Weiß man nicht, was... Siehste, und davor du das machst... Wenn du mir schon nachgegessen hast, bin ich jetzt nicht seriös. Du willst... Nicht, dass sie gleich einen Sponsor verliert, dann... Wird doch nicht auf... Also, ist doch nicht live. Ja, komm, jetzt mach doch mal. Mo, mach, was du willst. Ach, ach so. Ach, du hast einen Kussmund da jetzt drauf. Das heißt also, übers Herz rüber tätowiert. Genau, ich hab's umgestalten lassen. Ja, aber warum? Weil das Herz hat dich gelangweilt, oder was? Genau, ich langweile mich hier sehr, sehr schnell. Und deshalb ändere ich auch gern immer Haare, Augenfarbe, Körbchengröße, Brustform. Aber nur die Männer. Die Männer bleiben bei mir relativ lange. Naja, du hast gesagt, alle drei, vier Jahre wechselst du den Mann. Alle drei, vier Jahre normalerweise, aber jetzt bin ich schon, ja, bei viereinhalb Jahren. Oh, alle Achtung, meine Liebe. Ich glaube, das wird was. So, also, wieder zurück. Du kannst deine Nippel gerne drauslassen oder einpacken, wie du möchtest, wie du dich wohler fühlst, meine Liebe. Also, muss jetzt Nico nicht auch im Gegenzug auch mal zeigen, oder habe ich da was falsch verstanden? Es war eine Frage. Es war eine Frage. Tatsächlich, Margot, soll ich dir was sagen? Ja, ja. Hätte ich jetzt nicht diese persönliche Verbindung mit dem, ja? Ja, mit den Nippeln. Ja, nein, mit dem. Aber da ich ja weiß, ich muss mit dem noch lange zusammenarbeiten, will ich den, will ich ihn zu keinen Dingen zwingen, weil ich muss ihm noch in die Augen gucken können, wenn wir wieder Training miteinander machen. Alles klar. Verstehst du? Ja, ja. Aber du kannst ihn gerne zwingen, wenn du möchtest. Nein. Nein, 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 nein. Das machen wir ja im Backstage alles in Ordnung. Du bist gerade nicht so in Form, hast du gesagt, ne? Körperlich. Ja. Du hast gesagt, du bist gerade fett. Ja, für meine Verhältnisse, ja. Für deine Verhältnisse, ja. Heißt was, warum jetzt erzähl mal, weil als Footballer brauchst du Masse, oder? Korrekt, aber aktive und keine passive im Idealfall. Auf meiner Position. Was ist denn... Das hat nichts mit den Hanky-Codes zu tun. Ja, nee. Aktiv und passiv jetzt. Schuchu, pass auf. Was ist denn jetzt aktive Masse und passive Masse? Verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? 10 Kilo Fett sind ziemlich passiv, die musst du bewegen und 10 Kilo Muskeln bewegen dich. Die sind aktiv. Okay, und du hast gerade passive Masse. Unter anderem mehr, ja. Du wiegst gerade 132 oder sowas. 125. 125. Also doppelt so viel wie ich, Margot. Dreimal so viel wie ich. Ja. Du hast gerade spielfrei. Saison startet nochmal im Frühling wieder. Ende Mai. Ja. Wie sieht dann so, wie sieht so eine Saison aus? Bist du da viel unterwegs? Reist sie durch Europa oder wie stelle ich mir das vor? Ja, so eine Saison ist relativ stressig. Sie ist sehr kurz für viele Leute, die jetzt Fußball gewohnt sind, beispielsweise. Da wird ja ständig gespielt Fußball. Da kommt man ja gar nicht aus dem Fußballspielen raus, oder? Ja, das ist richtig, ja. Aber da haben die Sportler ja auch eine andere Belastung. So beim Football ist es etwas länger und etwas abrupter und schneller. So beim Fußball hast du ja Joggenwechsel im Thermom, aber beim Football nicht. Da hast du halt drei Stunden am Stück die ganze Zeit immer rauf und immer Vollgas. Und das ist natürlich auch manchmal auch mit mehr Schmerzen und Verletzungen verbunden. Und da sind so... Entschuldigung, die machen mich fertig. Nein, nicht du, Klausi. Du bist wunderbar. Ein Applaus für meinen wunderbaren Ehemenschen, Klausi. Der mich seit elf Jahren erträgt, dieser arme Mann. Alleine dafür hat er einen eigenen Award verdient. Ja, das stimmt. Okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir waren. Kurze Saison. Ja, kurze Saison. Das heißt, du bist jetzt wieder im Training, du trinkst gerade keinen Alkohol. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die erste Show-Nummer und dann gucken wir weiter, wie wir die Show weiter gestalten, liebe Margot. Ja? Ja, bist du schon freudig erregt? Ich bin total freudig erregt. Mir geht es ja so, seitdem wir uns kennen, dass ich wirklich wahnsinnig viel über heterosexuelles verhalten lerne, ja? Und dir geht es genauso, dass du, ich vertunte dich ja von nach und nach, zum Beispiel, was ich ja erzählen muss, ist, dass mittlerweile begrüßen wir uns immer im Fitnessstuhl, wenn wir uns sehen, dann kommt Nico immer an und was hast du dann immer zu mir? Na, ich kann ja nicht immer den heterosexuellen Handschlag ausprobieren. Den darfst du ja nicht machen, das habe ich dir ja verboten. Ja, ja, genau. Komm, wir machen es jetzt einmal auf der Bühne. Ich versuche es jetzt mal zu machen, wir begrüßen uns jetzt mal heterosexuell, ja? Ich habe jetzt schon totale Angst davor. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja? Komm, wir jetzt hier, komm. So, ja, so. Das fühlt sich schon irgendwie merkwürdig an. Ich weiß nicht. Und als ich dich kennengelernt habe, habe ich totale Angst davor gehabt, ne? Du hast immer ein bisschen gezittert auf dem Weg. Ja, und so schweißnass. Jetzt muss ich mich gleich wieder begrüßen mit ihm und so. Ja, das ist für mich als Tund, das ist ganz schlimm. Das ist genauso wie, wenn man irgendwo im Park ist und dann kommt ein Ball auf dich zugerollt. Im Idealfall schießt ihr ihn in die Richtung, wo er eh hinrollt, also weg von denen, die ihn brauchen. Ja, ich treffe ja noch nicht mal den Ball, wenn ich den schießen will. Das ist ja das Problem. Weißt du, das ist aber, das ist, glaube ich, ein Trauma, was ganz, ganz viele von uns haben, Margot, oder? Wenn du im Park, wenn ein Ball auf dich zugerollt... Also bitte dich, Bälle gehören gefälligst, mit Spiegelspittern beklebt, an die Decke gehängt und bestrahlt. Ja, sehr schön. Ansonsten, einen anderen Zweck haben Bälle nicht. Aber wir begrüßen, wir umarmen uns, aber was sagst du mal zu mir? Und das liebe ich so sehr. Hallo, meine Liebe. Hallo, meine Liebe. Und ich sag es auch immer zu dir und ich liebe das. Das macht sehr, sehr viel Freude. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, oder ich hab einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, den du mir geschickt hast. Und zwar, ich wollte mal ein bisschen dich in Action zeigen. Damit die Menschen überhaupt mal eine Ahnung davon haben, wie du aussiehst auf dem Feld, was du da so machst. Es gibt auf YouTube, gibt es einen Videoschnipsel, der Best of Nikolaj Schumann oder sowas heißt es. Ja, ja, den, den ich dir geschickt hab, ist von einem Spiel jetzt. Das wurde hochgelandt von der European League of Football und das Video heißt Nikolaj Schumann showed what tight ends can do. Das ist der Titel dieses Videos. Ich glaub, das ist aber auch nur hier lustig. Ja. Den gleichen Film gibt es übrigens auch auf DVD bei der Pornoabteilung. Aber da ist nur ein anderer Name mit dabei. Es ist wirklich faszinierend. Dieser Sport ist so merkwürdig. So was Doppeldeutiges kann doch nicht sein. Jetzt erzähl ich dir mal noch was. Du lernst ja gerne dazu. Gerne, ja. Wie wir uns zeigen, dass jemand was gut gemacht hat auf dem Feld. Oh ja, gerne erzähl. Ja, wir hauen uns auf den Arsch. Ach, siehste? Ja, ja. So ein wohlwollender Klaps oder eher schon so, dass es weh tut? So ein Zwischending, so wie gut es war. So, wir... Juressica, du bist heute sicher, dir haut heute keine auf den Hintern. Das kannst du... Ne, Marco, ich weiß ja, dass du mich ganz trinkst. Isst du wenigstens Kekse? Also jetzt grad nicht. Nein? Okay, also da ist ich dir wieder alleine. So, also tight ends can do. Wir haben also ein Video mitgebracht. Das geht irgendwie ein, zwei Minuten. Ich hätte gerne von dir, lieber Nico, dass du den Zeigepenis nimmst. Und dann gehst du mal vor die Leinwand, weil du musst immer ein bisschen zeigen, wo du da gerade bist. Und dann erklärst du ein bisschen, was man da sieht. Der Zeigepenis ist ein wichtiges Utensil in dieser Show. Seit neun Jahren benutze ich den immer, wenn ich was zeigen will. Ja, aber nimm mal den Zeigepenis und dann gehen wir mal in die Mats rein. Und du erklärst einfach mal ein bisschen, was wir da gerade sehen und warum das so außergewöhnlich ist. Gut, na, gucken wir mal. So. Ich bin hier unten. Ich laufe dort in schwarz. Das war jetzt ein Touchdown. Aber da bist du stolz jetzt. Da bin ich sehr stolz. Guck mal, du verbeugst dich. War noch recht früh im Spiel. Wir müssen nochmal erklären nachher, was ein Touchdown ist, aber wir gucken erst mal weiter. Wo bist du jetzt? Hier, leicht versetzt, hinter der Offensive Line. Okay. Rauf und jetzt über die Mitte. Fahren wir den Ball. Und hab's leider nicht über die anderen geschafft. Aber da bist du bei denen rübergesprungen. Ja, korrekt. Hat mir noch zwei, drei Meter mehr Raumgewinn verschafft. Das ist ja das Ziel. Raumgewinn ist das Ziel. Jetzt komm ich hier über die Mitte. Das ist aber auch brutal, oder? Ich meine, ihr verletzt euch doch dauernd, oder? Nee, ob lauflich nicht mehr. Ey, du hast am ganzen Körper Narben, Schu-Schu. Jetzt hier unten rechts. Gleiches Prinzip wie beim ersten Spielzug, nur in die andere Richtung. Nikolaj Schumann. Nikolaj Schumann. Ja, wir können meistens kein Deutsch die Kommentare machen. Das ist ja noch europäische Liga. Die müssen das ja auf Englisch kommentieren. So, und jetzt? Stehe ich dort, komme hier raus, fange den Ball, werde nicht getackelt. Oh, da freut er sich. Ja, ich bin gerade so im Feld geblieben, ja. Das war sehr nah an der Linie. Wenn ich die mich berühre, ist dort der Spielzug vorbei. Und jetzt hast du gerade einen Touchdown gemacht? Den dritten an dem Tag, ja. Den dritten an dem Tag, da freuen sie sich, und da wird auf den Arsch geklatscht jetzt auch, oder? Ja, 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 quasi. So, da war ganz knapp, und das war so ein kleines Tänzchen. Es ist süß, wie du da tanzt, aber auch. Was hast du da hinten für in deiner... Okay, meine Güte. Ja, also sehr viel Informationen, Applaus. Den Zeigepadies darfst du mir gerne wiedergeben. Mikaela, hast du Berührungspunkte zum Football? Hast du da Ahnung von? Eine Ahnung nicht, aber ich habe einen Sportkalender rausgebracht, und da habe ich... Faszinierend. Wollte ich auch gerade sagen, ist faszinierend. Diese Frau ist so eine knallharte Geschäftsfrau, ja. Ich liebe das, Mika. Tatsächlich, als ob du es wusstest, es steht auch im Ablaufplan, dass wir in deinen Kalender reingucken werden. Du bist wirklich faszinierend. Und da habe ich auch Football dargestellt. Da hast du auch Football dargestellt. Wir gucken da gleich mal rein, aber vorher lassen wir uns noch kurz ein bisschen sprechen. Ansonsten, du machst aber auch sehr viel Sport wahrscheinlich, weil dein Körper ist ja dein Kapital, oder? Ja, also ich treibe zweimal in der Woche Sport, auch Personal Training. Ja, ja. Und was hast du so für einen dir da angelacht? Ist der genauso toll wie meine, oder? Ja, also meine sehen auch wahnsinnig gut aus, meine Personal Trainer. Das ist auch Voraussetzung für mich. Ja, ja. Da muss ich ja auch freuen, zum Training zu kommen, weil das Training an sich ist ja nicht schön. Also es macht ja auch keinen Spaß. Doch. Also mir nicht. Dir nicht? Nein, es ist schrecklich. Dann hast du aber einen scheiß Trainer. Nee, aber wenn ich dann halt so, die Trainer machen ja die Übung vor, und das ist einfach schon schön anzuschauen. Mika, irgendwie hast du das mit dem Sport noch nicht ganz verstanden. Aber du schwitzt schon, wenn du das machst. Ich bin fix und fertig. Fix und fertig. Ja, ja. Also es ist schon sehr effektiv. Ja, weil mir macht das tatsächlich wirklich große Freude. Also neulich, ja. Aber deshalb, sonst würde ich das, ich mache dreimal die Woche, also zweimal mit ihm und einmal alleine. Aber manchmal hasse ich den wie die Sau, weil der mich so nervt und mich so trietzt. Aber ich liebe das auch. Mir macht das wirklich Spaß, ne? Aber gut, Mikaela, kann ja nicht jeder Spaß empfinden bei Dingen, die teuer bezahlt werden. Aber, ne, Schuchu, ich habe schon viel Freude an dem Training mit dir, ne? Das sagst du ja, ja. Ausnahmslos, tatsächlich. Ausnahmslos. Gut, da haben wir es auch geklärt, wunderbar. Mikaela Schäfer, lass uns doch jetzt mal kurz in deinen Kalender reinschauen. Und du hast nämlich zusammen mit Tobias Dörer, der heute auch hier ist, ist dein Haus- und Hoffotograf. Genau. Und dazu muss ich sagen, meine Lieben, Tobias Dörer ist ja nicht nur Fotograf, sondern der ist auch Photoshop-Spezialist. Ich sage ja immer gerne, deine Fotos in dem Kalender sind eher Illustrationen als Fotos. Also, okay, ich wusste nicht, in welche Richtung das jetzt schon wieder geht. Photoshop-Spezialist? Ich brauche nicht so viel Photoshop. Nein, nein! Aber die Fotos sind schon extremst künstlich. Also, das kann man so zusammenfassen. Ja, findest du nicht? Ich meine, das ist doch Konzept des Kalenders. Das ist pure Künstlichkeit und das aber in Perfektion. Und du machst diese Kalender seit vielen, vielen Jahren schon. Seit zehn Jahren sogar. Seit zehn Jahren immer mit neuen Themen. Und diesmal ist 2024 Sport dran. Ja. Und Football ist auch mit dabei? Football ist natürlich mit dabei. Natürlich, ist ja klar. Ja, schon. Also, ich hoffe, ich trage auch die Ausrüstung gut. Vielleicht kannst du da noch mal schauen, ob ich die auch gut getragen habe. Also, dann auf dem Bild, dass ich auch alles ordentlich justiert habe. Ich habe ja eine richtige Football-Ausrüstung. Ja, komm, aber ich meine, was hast du da bitte schon an? Du hast vielleicht hier oben so ein paar Schulterpolster und das war's. Und da sind die Möppis hier, oder? Ja, schau's dir mal an. Ja, wir schauen's dir. Wir gucken jetzt einfach mal rein. So, das ist das Deckblatt. Es sprach von Künstlichkeit. So, das ist jetzt Dressurreiten. Richtig. Da ist Football schon. Ja, genau. Da ist Football schon. Ja, so stehen die bei Nico auch immer auf dem Feld. Das ist Motocross, oder wie nennt man das? Ja, richtig. Ja. Das ist rhythmische Sportgymnastik mit so Bändern. Oh, da bist du am Klettern. Da seid ihr extra zum Matterhorn geflogen. Das will ich gerade so humorigen. Was ist das für ein absurdes Bild, bitte. Surfen. Dann haben wir hier a surfen. Ja. Ach, da spielst du Roll. Wer ist der alte Mann, der da bei dir steht? Und warum ist der so angezogen? Das ist meine Oma. Das ist deine Oma. Hier, tauchen, tauchen. Und da sind wir beim Fußball. Und da boxt du gegen dich selbst. Das ist einfach dein Kampf. Komm, und da wird der Ski gefahren. Und bitte. Fahit. Deine Oma ist heute nicht anwesend. Nein. Nein, nein. Hätte sie auch nicht gehört. Sie ist schwerhörig. Okay. Ist so schlimm. Und warum spielt deine Oma jetzt Golf mit dir in dem Kalender? Das habe ich nicht so genau verstanden. Ja, meine Oma ist schon seit vielen Jahren dabei beim Kalender, weil sie ist Rentnerin. Und findet es immer toll, einfach mal bei solchen kreativen Projekten dabei zu sein. Süß. Ach, das finde ich so süß. Wie alt ist die? Ja, 82. Und sie kommt auch auf die Venus und so weiter. Also sie findet es ganz toll, was ich mache und will am liebsten immer überall dabei sein. Das ist ja süß. Dann liebe Grüße an die Oma und Applaus für eine tolerante Familie. Wenn du im Stadion bist, Schu-Schu, dann wie viele Menschen sind da bei so einem richtig guten, großen Spiel? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir sind schon im vierstelligen Bereich, ne? Ja. Ja? Also in unserer Liga jetzt, die bestbesuchten Spiele, die waren so im Bereich zwischen 10.000 und 32.000, sogar fünfstellig. Meine Güte. So, ja? Das sind so Sondereditions, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil jetzt die Hamburg Seal Devils ein Team in unserer Liga beispielsweise ein Spiel im Jahr im Stadion von dem HSV austragen. Und das dann wird sehr hoch. Ist ein Fußballverein? Kein guter, aber ist ein Fußballverein. Und kein guter. Da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und das wird halt sehr medial sehr hoch gepusht und dadurch kommen dann aber auch viele Freikarten dazu, aber insgesamt ist das immer ein großes Event. Und das Endspiel jetzt vergangene Saison hatte über 32.000 anwesende Gäste, zahlende Gäste im Stadion in Pittsburgh. Hast du nochmal betont, zahlende Gäste? Ja, wenn man jetzt beispielsweise den Sport publik machen möchte, fängt man ja an, viel mit Freikarten auch zu arbeiten. Ja, musst du mir nicht erzählen. Wobei heute sind relativ wenig Freikarten. Du hast mal gesagt, Football ist in Deutschland nach Fußball der populärste Sport. Der zweitmeist geschaute Sport im Fernsehen. Der zweit, weil auf ProSieben läuft das immer, ne? Mittlerweile auf RTL, also die NFL läuft auf RTL und davor war es ProSiebenMax, also RAND. Und da laufen aber jetzt auch, also wir laufen dort im Fernsehen. Also unsere Liga läuft auf ProSiebenMax und die NFL, die Amerikaner, die Profis, Profi-Profis, die laufen auf RTL. Margot? Ja? Tschüss. Was hältst du davon, wenn wir in der nächsten Saison, wenn wir beide aufgefummelt mal ins Stadion gehen und dann so ein Video machen, wie wir beide Football uns angucken? Was hältst du davon? Ist eine Hammer-Idee. Vor allen Dingen, ich freue mich drauf, wenn wir uns beide gegenseitig versuchen, Spielregeln zu erklären, die wir selber gar nicht kennen. Ja, na lass es bleiben. Das wird großartig. Lass es bleiben. Freibier. Und Freibier. Und Freibier, also Margot und ich sind ja passionierte Biertrinkerinnen. Also wir hängen ja unterm Zapfhahn praktisch. Wir kommen ja gar nicht mehr weg. Nee, aber das wäre doch mal schön. Und dann, dass wir vielleicht auch so investigativ vielleicht mal in der umkleiden. Danke! Weil das Spiel ist ja relativ uninteressant. Wenn es hier unangenehm ist, wir gehen auch in die Mannschaftskabine der gegnerischen Mannschaft rein. Ja, du, ist uns eigentlich scheißegal. Hauptsache um kleine Kabine. Nee, aber wie ist das denn so? Weil du hast gesagt, von dem Backstage geht es bei uns eigentlich ab wie bei euch im Backstage, sozusagen, in der umkleide. Es wird sich gedisst gegeneinander, macht Spaß miteinander. Ihr schminkt euch, macht euch die Haare, zieht den BH an. Du wirst lachen, aber ja. Ja. Naja, es gab ja das Foto von mir hier für die Show, wo ich dieses schwarze Farb im Gesicht habe. Ich möchte immer gut Dinger haben. Als Schminke bezeichnen und ich muss meine Haare auch irgendwie unter den Helm kriegen. Das geht mit dem Dutt nicht, also muss ich mir auch die Haare machen. Ach, zeig doch einmal dein schönes Haar. Einmal das schöne Haar zeigen. Guck mal hier. Warte, guck mal hier. Guck mal hier. Oh. Und das ist keine Dutte. Und dafür hasch ich den. Du wirst nie Haarausfall bekommen, du blöde Kuh. Mit 32, da ist der Zug abgefahren mit Haarausfall. Jetzt erkenne ich dich, Riccardo Simonetti. Ja. Ich hab's gewusst. Sag mal, hier ist doch versteckte Kamera. Das war so schön neulich. Kamst du mal zum Training und dann hast du deine Haare aufgemacht und hast gesagt, guck mal, die sind frisch gewaschen. Und dann hat die so, yay. Wie war das, du vertuntest mich langsam? Ja. Ist harte Arbeit, aber es steht da tropfenhüllt in Stein, wie man so schön sagt, meine Liebe. So. Wir haben noch, ich möchte gerne mal diese Montur anprobieren. Wie heißt das nochmal, das Ding? Shoulderpad. Shoulderpad. Ja. Sowieso, alles ist Englisch, ne? Korrekt. Beim Football, ja? Okay. Manche Sachen gibt's auch in Deutsch, aber es klingt meistens ziemlich blöd. Ja, gut. Okay, verstehe. Ist eigentlich generell so. Margot, im Backstage liegen die Shoulderpals. Okay, ja. Und holst du mir das einfach vielleicht mal? Nee, das kann Tom machen. Der hat heute noch gar nicht viel gemacht. Das stimmt. Bist du bitte wieder zurück auf deinem Platz? Ja, aber gerne doch. Ich liebe das, wenn ich Margot rumkommandieren kann. Das ist großartig. Danke, Tom. Und dann legen wir das mal an, da kann Michaela und ich auch gleich mal gucken, ob du das richtig gemacht hast mit deinem Fotoshoot. Möchtest du den Kalender von Mika eigentlich geschenkt haben? So, vielleicht für die Umkleidekabine. Die gehen sicherlich weg, ja. Die gehen sicherlich weg, ja? Ja? Mika unterschreibt bestimmt auch noch nachher drauf, oder? Kannst du versteigern dann später auf Ebay. Oder in der Kabine. Oder in der Kabine. Dann gehen die Seiten nicht mehr aus, weil die sind alle verklebt. Ah. Oh, guck mal. So, Schu-Schu, jetzt komm mal nach vorne und jetzt zeigst du mir mal, wie man das macht. Weil ich möchte gerne... Boah, ist aber ein schön schwer. Das hat ein bisschen aber auch was von so... Lederharness. Ja, ist schon wieder wahnsinnig schwul, oder? Ja. Was ist denn da? Nicht alle sind schwarz. Also manche sind auch weiß. Aber das ist jetzt... Das heißt Shoulderpad. Korrekt. Ich hab hier gerade ein Haar im Mund, das macht mich noch an. So, jetzt. Und da sind aber so süße Aufkleber vorne drauf. Schau doch mal. Das sind... Du bist ja Manga-Fan. Ja. Das ist personalisiert von mir. Das ist personalisiert von dir. Wow, du bist... Also eigentlich bist du ja auch schon fast Designerin jetzt auch, ne? Du personal... Fast? Fast. Nein, nicht fast, entschuldige. Du bist Designerin. Oh, ja, guck mal. Das ist wirklich ein haarnes Margot, ne? So, ist das jetzt vorne oder hinten? Also, die Seite zum Publikum ist hinten. Das ist das Backplate. Das hat nicht jeder. Das kann man sich auch... Jetzt ist richtig rum. Nee. Ja, genau. Nein. Jetzt. Ach so, warte. So. Okay. Korrekt. Ach, guck mal. Da sind ja so viele Aufkleber hinten drauf. Naja, egal. So, und jetzt. Warte mal. Du kannst mir vielleicht mal... Mit den Haaren musst du mal gucken. Oh. Weil... Also, du wirst lachen. Die Haare sind halt nicht echt. Und die können... Die... Und die können halt abfallen, wenn man nicht richtig aufpasst. So, und werde ich jetzt noch eingeschmiert? Naja, also die... Ja. Ich halte mal dein Mikrofon. Ja. Von hinten macht man die Schnüre hier zu. Kann die hier reintun. Zieht das dann fest. So fest, wie man es gerne hätte. Oh. Oh, ich hab's schon gerne sehr fest, meine Liebe. Ah, ja. Genau, beidseitig. Natürlich, bevor man es wirklich anzieht, hat man das Trikot meistens schon drüber. Es gibt Leute, die machen das danach. Okay, gleich. Und das Trikot zieht man rüber bis hier vorne. Ja. Und dann macht man es unten drunter zu und zieht das Trikot drüber. Okay. Es ist kein falscher Unge-Ressica, du musst hier dran nicht ziehen. Aber das muss hier so abstehen, ja? Ja, mit dem Trikot drüber sieht man das ja nicht. Okay, und du hast ein Trikot von dir mitgebracht. Ja. Ich hoffe, es ist gewaschen. Natürlich. Ja. Da werden sich viele im Publikum ärgern, dass es gewaschen ist. Guck mal hier, Schumann. Ja, du bist die 85. Das ist richtig. So, das ziehen wir jetzt noch drüber. Ja, tatsächlich gucken wir mal, was wir rüberkriegen, aber tendenziell macht man es vorher. Aber dann ist es ein Riesenproblem mit den Haaren. Das ist ein Riesenproblem. Wenn ich es vorher drüber ziehe, ist das Shoulderpad weitaus enger und dann kommst du vielleicht nicht mehr durch. Bei mir ist das völlig egal vorm Spiel. Ich verstehe kein Wort, ne? Nein. Also, was ist denn der, wie soll ich das denn vorher drüber ziehen? Pass auf, pass auf. Ich lege das Mikro mal zur Seite und navigiere dich mal kurz da durch. Navigier mich mal durch, ja. Genau. Margot möchte, hat schon gegriffen. Nein, nein, soll ich Mikrofon halten oder sowas? Ist gerade sehr Freestyle, Margot. Ich gebe alle Kompetenzen gerade ab. Ja? Ja. Beide Arme durch, ich übersetze mal ganz kurz. In die Ärmel durch. Halt's mal, Margot. Dann will man es so nah wie möglich rüberziehen. Jetzt den fetten Kopf durch das kleinste Loch. Ich übersetze nur ganz kurz. Du musst auf mein Gesicht aufpassen, nicht, dass ich schminke. So. Jetzt ist praktisch fertig. Guck mal hier, guck mal hier, jetzt. Mach mal. Ah. Geht das denn, Schu-Schu, oder? Ja, ja. Svenny, schwitzt du gerade wegen des Tons, dass irgendwas nicht klappt, aber es klappt alles, oder? Guck mal jetzt, guck mal, Simpha, Simpha. Hallo. Ja? Ist ein Look, oder? Ja. Ja, oder? Also ich meine, hallo, ich fühle mich toll. Margot? Ja. Ich bin hellauf begeistert und obwohl du das Ding hast, hat er immer noch die breiteren Schultern. Das ist faszinierend, das ist faszinierend. Aber toll. Ja, ich behalte es einfach jetzt an. Du darfst dich gerne wieder hinsetzen, meine Liebe. Toll. Tom, was sagst du? Ja? Ist ein Look, ne? Ist eine Wahrheit. Ähm, hat Lady, ich fühle mich so ein bisschen wie so, wie Helene Fischer gerade schon wieder. Ja. Das ist mein Helene Fischer-Moment. Ja, das ist Stein, Helene. Er hat ein paar atemlos auch so Schulterpolster gehabt. Ja. Ich channel das gerade. Toll. Ich brauche noch ein bisschen Duft. Es kommt gleich auch die Trapezstange runter und dann... Ich glaube, sei vorsichtig, das macht Löcher. Das macht... So. Ähm... Meine Güter. Darf man nicht in die Luft sprühen. Aber man schwitzt aber ganz schön da drin. Aber wenn du es jetzt anhast, merkst du das Gewicht nicht mehr. Null. Das ist sehr gut aufliegend, ja. So. Und das hat man jetzt hier, ist man sicher. Und warum braucht man diese riesigen Schultern? Weil man viel auf die Schulter fällt, oder? Nein, man trifft sich im Idealfall meistens sehr frontal. Und beide neigen die Oberkörper ja auch nach unten. Und dann ist der Aufschlagpunkt von Helm und Schulter meistens diagonal ineinander rein. Solltest du mal nicht so gut vorbereitet sein, weil der Gegner von der Richtung kommt, wo du ihn nicht kommen siehst, hast du ja noch den Schutz vorne. Und die Verlängerung hinten am Rücken. Hab's doch gesagt. Was ist das für ein perverser Sport? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was mit euch los ist da, euch Jungs. Aber egal. Jetzt hab ich schon wieder völlig vergessen, was ich sagen wollte. Warum die Schultern so weit? Nee, die Schultern. Warte mal, ich wollte was ganz Wichtiges noch sagen. Genau. Erzähl mir kurz, was hast du dir schon alles verletzt? Dann können wir zum nächsten letzten Scheuk kommen. Aber du hast ganz viele Nauben am ganzen Körper. Was ist schon alles gebrochen bei dir und gerissen und... Gebrochen noch nichts. Oh, das wundert mich tatsächlich, ja. Ich hatte einen kleinen Meniskusriss im rechten Knie. Ich hatte einen Bizeps-Sehenriss in der linken Schulter. Nee, das hört sich widerlich an. Ich hatte eine offene Fleischwunde am Ellenbogen. Ah, süß. Mehrere Kapselrisse in den Fingern, aber das ist halt wie ein kleines kaputtes Gelenk. Die sind dann halt so. Zeig mal. Ach, es ist kaputt, ja? Ja. Oh, ist doch furchtbar. Ja, okay, gut. Ja, aber darauf beläuft es sich eigentlich. Okay, da eigentlich noch. Für 14 Jahre Football ist das nicht viel. Ja, ja. Na gut, dann toi, toi, toi. Abänderrisse im Fuß, aber die zählt man eigentlich nicht. Die zählt man nicht. Okay, gut, verstehe. Weil ich brauch dich noch. Also von daher, pass bitte auf dich auf, meine Liebe. Ich sitze ja meistens nur. Du sitz ja meistens, wenn wir zusammen Sport machen, ja. So, ähm, liebe Margot. Liebe Schöressika. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ja. Ja? Ja, na meine Güte, Mäuse. Wir haben es 23.32 Uhr. Die Show geht jetzt seit 8, 9, 10, 11. Seit dreieinhalb Stunden. Also von daher, es wird... Bist du gerade wirklich am Fingernacht? Ja, Margot. Ich war eine Frage. Ja, musste ich. Ja, ja. Das geht schon. Verdammt, wie du mir auf die Nerven heute schon wieder gehst. Paillette geht immer. Ja. 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 Ja.